Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trading-Idee. Heute Zalando, werden wir uns mal genauer anschauen, ist ein potenzieller Kandidat, wie ich finde, der unter Inflation oder auch Rezessionssorgen sicherlich nicht die beste Figur machen wird. Wir werden uns das Ganze mal schrittweise genauer anschauen und ich zeige euch auch mein Derivat, das ich auf meinen Trade setzen möchte. Ja, heute ist Dienstag, der 12. September und das Erste, was ich mir gemacht habe, ich schaue mal auf die Seite und muss ein Sternchen erkennen, das mich dann direkt mehr als irritiert hat. Mag ich an der Stelle ehrlich gesagt überhaupt nicht so gerne. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mich nervt das und ich habe dann versucht, die Texte auch zu lesen. Also ich finde es tatsächlich als unangenehm und dann habe ich mir die verschiedenen Dependancen oder Standorte, internationale Standorte angeschaut und eben auch den Jahresbericht und den letzten Halbjahresbericht mal genauer angeschaut und da will ich mit euch mal genauer einsteigen. Und die Grundidee, die ich habe, ist, Zalando ist ein, ja, im Prinzip Einzelhandelsunternehmen online aufgestellt und abhängig eben von der Kaufkraft der Kunden und wenn sich die Gesamtlage einfach eintrübt und das ist aktuell der Fall, nicht nur in Deutschland, sondern sogar in ganz Europa, vielleicht sogar weltweit, dann sieht es eben für solche Einzelhandelsunternehmen, die sehr stark davon abhängig sind, das eben auch fröhlich gekauft wird. Ja, kritisch, dass das Ganze sich niederschlägt und nicht positiv mit Rückenwind, sondern eher mit Gegenwind zu rechnen ist. Und ich habe euch hier mal einfach nur ein paar Beispiele eingeblendet. Alles weitere schauen wir uns dann in der Sonntagsanalyse jede Woche an und ich werde zum Schluss auch noch mal ein paar Intermarket-Brief-Abos verlosen. Einen Kommentar könnt ihr ja dann unter das Video schreiben, aber dazu gleich mehr. Und dann schauen wir uns als nächstes Mal Zalando, nee, nicht Zalando, sondern erst einmal die Branche und Sektoren des Einzelhandels genauer an. Das ist also der Big Picture. Ich habe den Eurostox 600 Retail Future genommen und das ist ein Wochenchart, also über einige Wochen und Monate die letzten Jahre zurück. Und zuletzt sehen wir da einfach eine Korrektur-Formation. Die zeige ich euch gleich mal genauer. Zuerst aber vielleicht mal einen Überblick. Was ist in einem solchen potenziellen ETF eigentlich drin? Hier seht ihr es. Und Zalando ist zwar nicht die Top-Position, aber sie ist eine gute Position innerhalb dieses ETFs. Und was ich jetzt sehe, ist eine potenzielle Divergenz. Die zeige ich euch jetzt hier mal. Ich messe also den Einzelhandelsbereich, also dieses Konglomerat an einzelnen Aktien im Verhältnis zum Bund Future. Zalando ist ein deutsches Unternehmen, dann gegenüber dem Euro und gegenüber Gold. Und ihr seht eine steigende Tendenz, also steigende Hochpunkte und zuletzt fallende Hochpunkte im Indikator. Das nennen wir eine Divergenz. Und das kann eine Abschlussformation andeuten. Und ich denke, sie ist zwar unsauber zu erkennen, aber deutlich trotz alledem. Mit sogar einer überschießenden Reaktion. Heute, also Stand jetzt, Dienstag, ist der Einzelhandel am steigen. Positive Woche. Zalando kann aktuell nicht so richtig mithalten. Und wir werden gleich mal diesen Einzelhandelschart, Ich zeige euch gleich mal das Big Picture von Zalando. Das ist nämlich ein Underperformer in diesem Bereich. Ja, und das, was du hier siehst, ist das Big Picture von Zalando. Seit 2014 ist ja noch nicht so ein altes Unternehmen. Und 2020 siehst du auch diesen starken Anzug. Da wurde sehr stark auf Zalando gesetzt. Und da ist auch die Bewertung im Prinzip explodiert. Und im Anschluss ist sie genauso schnell wieder kollabiert. Also Zalando wird hin und her geworfen. Und das ist etwas, was wir als Trading Position durchaus wollen. Wir wollen Volatilität in kurzfristigem Short Trading. Und ich schaue mir als erstes dann neben dem Big Picture mal die grundsätzlichen Qualitätskriterien an. Dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Da kann man sehr tief einsteigen und bis in die Bilanzen reingehen. Ich will sie aber einfach halten. Das, was mir als erstes auffällt, ist erst einmal unten KGV und KUV. Das ist einmal negativ rot und einmal grün sogar. Dann habe ich versucht, hier draus ein Fair Value zu berechnen. Das lässt sich aber nicht machen. Das heißt, hier sind grundsätzlich Schwierigkeiten im Umsatz und dann eben im Chartverlauf drin zu erkennen. Das ist für mich erst einmal ein negatives Zeichen. Und dann habe ich mir diese beiden Zahlen mal genauer angeschaut. Und da siehst du, dass wir hier mit KGVs letztes Jahr, hier 2022, siehst du von 387. Das ist natürlich eine völlige Überbewertung, also grenzenlos. Aber auch jetzt wird das dieses Jahr 36, nächstes Jahr 24 und dann 25 mit 18 durchaus im Bereich sind, wo ich sagen würde, das ist eine hohe Bewertung. Und dann schauen wir uns eben die Eigenkapitalrenditen und eben die Rendite auf das eingesetzte Kapital an sich ein. Dazu noch die Finanzverschuldung. Und da komme ich zu dem Schluss. Vorsicht, hier liegt einfach ein Problem vor. Das Unternehmen kann einfach die Erwartungen nicht erfüllen und kann im Prinzip die Rendite, sie sind nicht profitabel genug und schon gar nicht für die Ansprüche, die sie selbst haben. Und ich sehe da auch aktuell nicht wirklich das Potenzial, dass sie ein Revival da feiern und plötzlich dann doch alles schöner und grüner aussieht als gewünscht. Und obendrauf, ich habe es mir genauer angeschaut, viele Analysten loben Zalando in den Himmel und revidieren so langsam ihre Analysen, bleiben aber positiv. Das ist etwas, was mir eher eine Kontraindikation anzeigt. Und das macht das Unternehmen per se für mich als Short-Kandidaten erst einmal hochinteressant. Ja und der nächste Punkt sind die letzten Daten, die dann veröffentlicht wurden. Die habe ich hier mal eingeblendet. Also wieder enttäuscht, jetzt gerade letzten Monat, Anfang des Monats. Und das passt im Prinzip in das Gesamtkonzept hinein. Da werden wir gleich nochmal genauer einsteigen. Ja, der nächste Punkt, den ich mir dann anschaue, ist die Saisonalität, die Statistik. Da liegen uns jetzt nicht so viele Jahre vor. Aber wir nehmen mal das, was da ist und berechnen daraus eine Saisonalität. So sieht das Ganze dann hier aus. Und aktuell stehen wir, naja, mit September Anfang, auf die Mitte hin zugehend, vor einer Phase, die vor Zalando in den letzten Jahren nicht die beste Phase war. Also im Nachgang, nach den letzten Zahlen, wird die Aktie häufig verkauft. Das siehst du hier. Die wurden zuletzt im August veröffentlicht. Und im Prinzip ist eine Statistik dann bis Ende September da. Und dann geht es auf die neuen Zahlen zu, wo wieder positiv, wahrscheinlich so auf das Weihnachtsgeschäft, die Jahresendrallye-Geschäfte und sowas spekuliert wird. Und im Vorfeld sieht das einfach negativ aus. Ich habe hier die Jahre mal dargestellt im Zeitraum vom 12. September, also heute bis zum 22. September. Ja, und dann gab es letztes und vorletztes Jahr stärkere Schwankungen von 10, sogar über 10% nach unten. Lediglich im Jahr 2020. Mit der Liquiditätsschwämme ging es nach oben. Aber jetzt auch nicht wirklich dramatisch gut. Und davor war auch Zalando 18 und 19 wieder negativ. Mit negativen Einschlägen über 10%. Also, interessant auf jeden Fall. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, das was du jetzt hier siehst, das ist Zalando im Wochenchart. Mit meinem Arbeitsindikatoren unten. Und ich habe sie dir hier eingeblendet. In dem Fall habe ich die Bonds reingenommen. Da müssen eigentlich der Bund Future rein. Ich habe es mir beides angeguckt. Also in dem Fall sind sowohl die Bonds als auch der Bund Future, sie sind ja relativ korrelierend aktuell negativ. Also das, was ich meine, ist genau dieses hier. Und die Indikation an sich sieht nach wie vor nicht positiv aus. Ja, sie ist überbewertet gewesen. Vielleicht an der Stelle mal ein paar Worte zu Chart-technischen Formationen insgesamt. Ihr seht, ich habe mir das letzte Hoch hier gekennzeichnet. Und das ausgemessen mit einem Fibonacci. Und wir sind leicht über das 23.6er drüber hinaus gekommen. Das ist per se an sich schon mal ein positives Zeichen. Zalando sagt, naja, wir haben den Crash-Modus verlassen. Aber nur kurz. Ja, ich kann dir das hier nochmal einzeichnen. Das ist die Phase, wo wir ganz kurz aus diesem Crash-Modus raus waren. Und es ist im Prinzip direkt wieder zurückgefallen. Selbst ein Anhandeln hier des oberen Bereiches würde das kritische Zeitfenster nicht wirklich entspannen. Zalando hätte es hierüber schaffen müssen, um diesen heftigen Einschlag zumindest einigermaßen reparieren zu können. Also hier läuft ein Short-Setup. Und ich würde sagen, wir sind tatsächlich noch immer im Crash-Modus. Warum? Weil seit dem kurzen Rettungseffekt hier einfach starke Verkäufe einsetzten. Und das zeigt mir eine gewisse Schwäche an. Und hier gut zu erkennen ist im Prinzip die technische Gegenreaktion. Das wäre das, was wir hier ausgemessen haben. Und das ist unter dem 50er geblieben. Das heißt, du siehst, wir sind im Crash-Modus zusammen mit den fundamentalen Kennzahlen. Hier unten die Indikation zeigt an, wir fangen trotz der bullischen Impulse, die sich hier gezeigt haben, 1-2 Stück, 2 Wochen war Zalando mal positiv, wird das Ganze wieder abverkauft und die Indikation dreht unterhalb des fairen Wertes wieder nach unten. Oder sie ist zumindest im Begriff nach unten zu gehen. Der Trend ist hier schon fortgesetzt. Das heißt, optimales Zeichen für eine Einstiegsposition in dieses Short-Setup. Jetzt könnte man sich den bärischen Impuls hier nochmal genauer, ich male den mal hier hin. Bärische Impulse, die sind dann im Prinzip bei mir immer rot, können bis zur Hälfte angehandelt werden. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Und diese Marke habe ich dir gekennzeichnet. Die ist ungefähr bei 26, 60 bis 27. Also das müssen wir auf jeden Fall noch ins Kalkül nehmen. Bis dahin kann Zalando nochmal gehen als Gegenwehr gegen den bärischen Impuls. In der Regel werden diese Impulse dann aber abverkauft. Manchmal kann es sogar bis an den Start hier gehen. Und in dem Bereich solltest du deine Stop-Loss für einen kurz- oder sogar mittelfristigen Short nicht legen. Das heißt, unser Stop-Loss muss über dieses Niveau. Und zum Schluss, wir handeln nicht nur das Tief an, wie ihr seht, sondern wenn das Tief bricht, ist im Prinzip mit Panik in Zalando zu rechnen. Das ist erstmal das grobe, übergeordnete Short-Setup. Ja, und das möchte ich mit dir jetzt verfeinern. Dazu gehen wir in den Tageschart. Und im Tageschart habe ich dir jetzt mal ein passendes Derivat rausgesucht, das ich verwenden werde. Ich habe mich hier für ein Short-Derivat von Goldman Sachs entschieden. Da war das Aufgeld mit am interessantesten. Die Spreads auch gut. Ich habe es verglichen mit anderen Emittenten, Morgan Stanley und auch der UBS. Die nehmen oder geben sich in dem Fall nicht viel. Sie sind alle recht eng beieinander. Und da das Aufgeld jetzt bei Zalando am geringsten, bei Goldman Sachs am geringsten war, habe ich mich für Goldman Sachs in dem Fall entschieden. Aber die Unterschiede sind jetzt hier nicht dramatisch. Das nur mal so zum Thema. Und hier unten siehst du ja wieder die Intermarket-Indikatoren. In dem Fall auch wieder die Bonds drin gelassen. Sei es drum. Die Überbewertung ist hier abverkauft worden. Ich habe hier nochmal für die letzte Bewegung auch wieder ein Fibonacci angelegt. Also vom Tief bis zum Hoch. Und auch hier siehst du, ist das 38er Grad so angehandelt worden. Auch die 200-Tage-Linie und wieder abverkauft worden. Also auch in der kleineren Zeitebene bleiben wir im Short-Modus. Und die Indikation, die sieht brutal aus, die ist schon am Drehen nach unten. Und in Rot habe ich dir mal mein persönliches Muster eingeblendet mit einem Zeitstempel. Das ist die Saisonalität. Ich rechne mit einem weiteren Abverkauf bei Zalando. Und ein Anhandeln der 27er Marke könnte nochmal stattfinden. Wie gehe ich hier vor? Ich gehe direkt Short, heute noch. Ich behalte mir aber vor, hier in diesem Bereich meine Short-Position, wenn wir da tatsächlich nochmal hinkommen sollten, auszubauen. Nicht auszustoppen, sondern auszubauen. Und das Short-Derivat, das ich hier rausgenommen habe, ist der K.O. bei 34. Also hier oben, da habe ich es dir gekennzeichnet, das ist das K.O. überhalb der 200-Tage-Linie. Das heißt, diese Bewegung, ich habe sie dir ja ausgemessen, sind ungefähr 6 bis 8 % mal den Hebel. Das ist also das Risiko, das wir hier eingehen. Und den Stop-Loss, den definieren wir mit dem Einsatz des Kapitals. Wir werden aber nicht warten, bis wir ausgestoppt werden, sondern mein sogenannter mentaler Stop-Loss liegt etwas über diesem Hoch hier, etwas über 30. Da werde ich dann sehr wahrscheinlich die Position einstellen. Das ist also mein mentaler Stop-Loss, aber die Positionsgröße wird über dieses eingesetzte Kapital definiert. Hier oben, wenn wir da rausschießen sollten, darf kein großer Schaden entstanden sein. Also wir definieren sozusagen das Risiko über die eingesetzte Positionsgröße. Und das Ziel habe ich jetzt hier mal das Tief anvisiert. Das siehst du, das sind schon mal 25 % von jetzt. Das ist also der Einstieg. Und sollte dieses Ziel, wie im Wochenchart gezeigt, nach unten hin brechen, würde sich das Potenzial sozusagen erweitern. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr engen Stop-Loss plus ein gigantisch großes Potenzial zur Unterseite. Gut, zum Abschluss. Das ist nur einer meiner vielen Short-Positionen, die ich trade. Überhebelt euch nicht. Behaltet den Überblick über eure Short-Szenarien. Und wir bauen unsere Short-Positionierungen über die Zeit aus. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Prozess sein wird bis in den Oktober, November hinein. Alle anderen Short-Positionen, die wir auch hier im Channel vorgestellt haben, sind aktuell immer noch am Laufen und immer noch in ihren Szenarien. Teilweise sogar sehr gut im Rennen. Und dabei belassen wir es aktuell auch. Gut, zum Abschluss nochmal der Hinweis. Ich hatte es gerade angedeutet. Wir verlosen wieder ein, vielleicht sogar zwei Intermarket-Briefe unter dem Video. Einfach einen Kommentar setzen innerhalb der nächsten 48 Stunden. Dann verlose ich oder dann suche ich mir unter allen Kommentaren zwei aus. Und ihr werdet dann innerhalb dieser Zeit nach diesen 48 Stunden benachrichtigt. Wenn ihr euch dann bei uns meldet, kriegt ihr das Ganze kostenfrei und unverbindlich freigeschaltet. Und ihr werdet dann auch nicht Ich denke, da wird ein Comic aufhör. Vielen Dank.